Guten Morgen, meine lieben YouTube-Freunde, Instagram-Freunde, TikTok-Freunde, Facebook-Freunde. Ich fahre jetzt gerade zur Arbeit und nehme meinen Schleichweg. Weil letztens, also wenn ich ins Fitnessstudio fahre, musste ich die eine Ampel da hinten nehmen. Die hatte ich mal gezeigt in einem Video. Und das war gestern oder vorgestern. Auf jeden Fall stand ich mindestens, mindestens sieben Minuten an dieser Ampel. Ich stand sieben Minuten an dieser Ampel und das tue ich mir nicht mehr an, weil wenn es ganz doof läuft, ja, und ich jedes Mal, wenn ich da stehe, sieben Minuten meines Lebens verliere, wegen dieser Ampel da vorne, dann muss ich mir was überlegen. Eine Lösung, sodass ich diese Ampel umgehe. Es gibt Ampeln, da steht man eine Minute, ist okay, zwei Minuten, aber diese eine Ampel geht gar nicht, geht gar nicht. Weil diese Ampel für eine Nebenstraße ist im Grunde und die Hauptstraße hat natürlich hunderttausend Jahre grün. Das ist so das Problem. Ja, ich wollte heute ein kleines Statusupdate geben, wegen Führerschein-Theorie. Ich bin mit der Theorie komplett durch, ich habe alle Theoriestunden, die ich brauche, benommen. Ja, jetzt muss ich halt noch die Prüfung machen, ich hatte mich direkt schon zu Beginn, ja, bevor ich irgendwas gemacht habe, irgendwas abgegeben habe bei der Stadt, habe ich mich direkt schon für die Theorieprüfung angemeldet. Weil ich ja weiß, dass man hunderttausend Jahre auf einen Termin warten muss, ja. Genau, dann habe ich den 27. Oktober gewählt, das ist schon ein paar Wochen her. Dann habe ich Post vom TÜV bekommen, bitte überweisen Sie Betrag X und Betrag Y. Ich habe zwei Überweisungsscheine bekommen, mit zwei verschiedenen Beträgen, einmal 140 lach mich tot und irgendwas mit 22 Euro. Ach, Entschuldigung. Anstatt die Summen einfach addieren, sodass man nur eine Überweisung machen muss, also muss ich zwei Überweisungen machen. Und es gibt ja Überweisungsscheine mit so einem QR-Code, die feiere ich ja total, aber hatten die natürlich nicht, musste ich alles per Hand eingeben. Mit dem QR-Code einfach einscannen und der macht die Überweisung, übernimmt alle Daten automatisch. Da bezahlt man schon so viel Geld und die haben nicht mal einen QR-Code. Und das ist der Technikverein. Also, ja, egal. Dann habe ich natürlich, dann stand auf diesen TÜV-Bescheinigungen, Überweisungsschein, stand drin, dass ich erst mindestens 14, also frühestens 14 Tage nach Überweisung, nach Online-Banking einen Termin machen kann. Warum? Weil die das einbuchen müssen und dann zuordnen müssen, dass ich das auch bezahlt habe, Bürokratie halt. Ja, damit die sehen können, ah, okay, der hat bezahlt. Wenn ich hinkomme, checken die das ja vermutlich. Und dann habe ich mich gefragt, warum dauert das alles so unglaublich lange in Zeiten von Digitalisierung? Warum dauert das so lange? Warum muss man 100 Jahre auf einen Termin warten? Warum kann man erst frühestens 14 Tage nach Überweisung ein Termin, äh, die Prüfung machen? Warum? Das Einzige, womit ich mir das erklären kann, ist Personalmangel und Bürokratie. Wenn man die Bürokratie extrem vereinfachen würde und wenn man endlich mal einfach ein paar mehr Leute einstellen würde, ja, dann gäbe es das Problem nicht. Und es gibt Leute, die, äh, arbeiten wollen und die Voraussetzungen erfüllen für den TÜV, aber die werden nicht eingestellt. Ja? Die werden nicht eingestellt und dann hat man Personalmangel und dann muss man zum Beispiel auch für die praktische Prüfung 100.000 Jahre auf einen Termin warten. Ja? Verstehe ich nicht, verstehe ich, verstehe ich absolut nicht. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt so, ähm, es gibt halt beim TÜV, man kann online Termine machen, man kann, also man kann telefonisch Termine machen, man kann aber auch online Termine machen. Ähm, bei online ist das, hat man den Vorteil, dass man auch kurzfristige Termine, wenn jetzt zum Beispiel jemand absagt, dass die dann dort angezeigt werden. Man muss aber regelmäßig gucken, denn man muss schnell sein, weil andere sind auch schlau und gucken auch und, äh, besetzen dann die Termine. Und deswegen gucke ich jetzt aktuell mindestens dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. Ja, auf jeden Fall kann man sich online dann den Ort aussuchen, man gibt die Postleitzahl ein und dann werden einem Ort vorgeschlagen, wo man die Theorieprüfung absolvieren möchte. Dann kann man sich da was aussuchen, wenn halt ein Termin frei ist. Aktuell, wenn ich mir jetzt heute zum Beispiel einen neuen Termin machen will, regulär, kann ich erst im Dezember einen Termin bekommen. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne die Strukturen dort nicht, die Prozesse kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie das da abläuft. Aber für einen Termin dauert das zu lange. Das hat man sonst nur beim Arzt gefühlt, wenn man gesetzlich versichert ist. Ich bin gesetzlich versichert und ich wollte letztens einen Termin haben bei irgendeinem Facharzt, ja. Leute, das ist so krass. Ich musste sechs Monate auf einen Termin warten. Sechs Monate. Dann habe ich aber eine Kollegin, die ist privat versichert, die hat auch bei dem Facharzt einen Termin vereinbart. Das hat keine Woche gedauert. Ist das nicht zum Kotzen? Finde ich, finde ich, ganz ehrlich finde ich scheiße. Tut mir leid, dass ich diesen, ich benutze das Wort nicht so oft hier. Aber das finde ich scheiße. Was macht denn ein Mensch, der wirklich Hilfe braucht auch und gesetzlich versichert ist und erst in sechs Monaten einen Termin kriegt? Ja. Naja, das ist ja ein anderes Thema. Ob das jetzt mit dem Motorradführerschein dieses Jahr was wird, das steht noch in den Sternen, das weiß ich nicht. Aber im Grunde wäre es auch egal, weil dieses Jahr werde ich sowieso kein, obwohl wenn ich den Motorradführerschein dieses Jahr noch bekomme, würde ich mir vielleicht ein gebrauchtes Motorrad ein günstiges kaufen. Oder vielleicht auch ein bisschen durchtesten. Ja. Aber ja, der Winter steht vor der Tür. Das ist so voll. Dann hat noch ein anderer kommentiert. Auf diesen Kommentar wollte ich definitiv eingehen. Er hat geschrieben, mach doch mal wieder irgendwie Roller oder 50 Kubik Mofa sowas. Weil ich ja quasi meinen Kanal damit angefangen habe. Oder mein Kanal darauf beruht. Und er hat dann auch geschrieben, es wird mehr und mehr zu einem Motorradkanal. Wie so viele andere und das fände er schade. Danke für deinen Kommentar. Das ist auch absolut berechtigt, dass du das so schreibst. Und das entspricht ja auch der Wahrheit. Aber ich sage ganz ehrlich, man macht dir einfach auch eine Entwicklung durch. Und ich will vorab sagen, Roller ist für mich nicht gestorben. Und das ist immer noch ein Rollerkanal. Das ist ein Zweiradkanal. Ich habe alle zwei Räder, finde ich geil. Ich finde Roller geil. Ich finde 50 Kubik cool. Ich finde Mofa cool. Ich finde Motorrad cool. Ich finde alle zwei Räder cool. Und ich werde mir auch wieder 50 Kubik holen. Ich gucke sogar aktuell nach einer günstigen. So eine Bastelbude, dachte ich mir. Wollte ich holen. Deswegen, also Roller ist nach wie vor bei mir ganz oben dabei. Weil ich finde diese 50 Kubik Roller nach wie vor richtig geil. Weil sie sind günstig. Sie sind unproblematisch. Sie sind unbürokratisch. Sie sind günstig. Ersatzteile sind günstig und so weiter. Es gibt nichts günstigeres als 50 Kubik. Und unkomplizierteres als 50 Kubik. Es ist einfach so. So. Oder Mofa. Aber bei mir ist jetzt aktuell halt Motorrad. Ich mache jetzt gerade Motorradführer und so weiter. Und deswegen kommen jetzt vermehrt solche Inhalte. Aber wie gesagt, ich gucke auch gerade aktuell nach 50 Kubik Schrauberkiste oder sogar Mofa. Für 100, 200 Euro. Ah, noch geschafft. Hier ist auch immer eine Schlange. Aber, äh, wie will ich umgehen. Ja, hier ist die deutsche Freiheit. Und, äh, ja, somit verabschiede ich mich auch schon mal so langsam. Macht das einfach das Beste draus aus eurer Zeit. Ähm, verfolgt eure Ziele. Behandelt eure Roller gut. sehr gut.